so bei mir haben wir kommen hier zurück zu den neuen folge vor allem wurde die Schöpfung der schönen kanal heute mit einer mensch sagt meinen und das ist ein 1.1 er möchte so etwas sagen ja moin ich bin der Endachmann er habe ewig lang nicht mehr gespielt aber die Steuerung weiß ja übelst noch auswendig ist aber auch nicht so schwer irgendwie jetzt habe ich den ball nicht erwischt so wie ich sein sollte weil der fuß tritt ja nur die leute weg ja ja oh nein naja komm 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 ach Mist so es würde sich mal wieder ein bisschen multiplayer gewünscht das habe ich ja vorhin schon gebracht mit und was haben wir vor uns gespielt Schellschock Schellschock ja muss ich aber überlegen was wir vor uns gerade überhaupt gespielt haben der G3 oder was der G3 nein nein der G3 der G3 was soll denn das also merkt wir haben ich hab das seit lange nicht mehr gespielt und Animan auch nicht auch der G3 also ja ich hab immer der G3 deswegen bin ich auch so High Level mir leid nein jaaa endlich mal das muss ich mir mal kurz angucken das will ich auch sehen und da kommt er ja mit dem Hack noch Hex Hex ach Beck was für ein Beck nein Heck was wie uh welchen reinmachen oh zu spät solchen reinmachen zu spät du hast ihn reingemacht also jetzt bleib ruhig uh da hab ich dir den Speed geklaut wird oh oh ne das ist wie ein Verarsenspiel Thor ja bitteser ahh mein Chat war offen ich habe mich sogar erst dafür eingefroren und du hast es trotzdem nicht gebacken bekommen Nein, 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 nein Der geht nicht rein, der geht nicht rein Alter, was war das jetzt für ein Mistiger Schuss Oh Danke Nein, 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 ja Was? Nein, 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 nein Du bist der Raum, sehr schön Ok auch so dass weiter geht oft schade schon wie es schätzt an die macht alles kürzt mich dran nein 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 und mein Name Kunknungen nahe ein er geht er geht nicht 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 er geht scheinlich der weite kaum überspringen so nicht so muss man sich angucken weil sie deine niederladen der geht wieder rein ich hätte sogar extra noch chancen ja genau wer hat das sie hier alles nein das war der englose sagen dass das gemacht was passiert hier ich will ich mit dir geportet nein nein er hat gekauft man bei ex nein weiter von mir ist ich irgendwann mal um die ordentliche zu spielen das war so ewig lang nicht mehr gemacht ich auch nicht aber irgendwie steuerung vergisst man nicht allein das ist ja so eine simplere steuerung weil mit wst fährst du ja eigentlich so gut außer das schwere ist w und q zu drücken w und q was machst du denn e und q kann man sich drehen mit q kann sich nach rechts so seitlich drehen und mit e halt ach so okay weil jetzt rückwärts also ich würde mal sagen müssen wir machen weil sonst wirst bist du so schlecht also machen ein körper weil das kann ich nicht so gut ich sehe ich ja deswegen ja das wird dann glaube ich witzige also leute denkt ihr ich schaffe noch einen 801 ich muss eigentlich muss ich meinen skin mal ändern ja alles liegt am skin alles ich hab weiners vom drauf ich habe eine krone drauf wird es auch ein neuner 1 das wird es nicht ich hab gewonnen leute so sieht es aus wenn man hier geht zum beispiel da ist es auch gemacht da genau so sieht man aus man gewinnt das habe ich auch kommen ich sage jetzt sehen wir uns in der nächsten so meine damen herren wir kommen wieder zurück zu einer neuen folge von ach nee das sagt die neue folge es ist ja oh nein und nein und nein und nein das machen muss ja und zwar das erkläre ich jetzt mal kurz für die leute die es nicht kennen das ist jetzt eine zerstörung zerstörung hat damit zu tun man muss den ball berühren dann ist dabei jetzt von mir gesaved jetzt berührt er ihn und sobald der ball aufkommt auf dem boden macht er schaden auf meiner plattform und in die löcher muss er jetzt reinschießen wieso kriegst du blau ne also ich hab blau ja wieso hab ich keine urage an felder weil ist doch gut so also wenn du hast machst grad die blauen felder und wenn ich mach blaue felder du machst blaue felder genau ach so und wenn die felder ganz kaputt sind musst du in die löcher reinschießen dann hast du ein tor ach so so läuft das ganze ab also spielst du eigentlich gegen dich selber wenn du so einen schlechten mail hast genau also ich muss jetzt den ball berühren dann ist er von mir gesaved und dann kann ich erst schaden bei dir machen oh fuß der ball nein 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 du musst eben hier in so eine lücke reinkommen genau und jetzt hast du ein tor gemacht jetzt wird meine plattform reset und eine und ein würde bleiben aber ich habe bei dir noch kein schaden gemacht deswegen was ach ach die sind orangisch genau richtig unlogisch ne weil das deine seite ist ich mach deine seite in dem moment grad kaputt ach ach man hat auch seiten genau das ist meine seite genau das ist meine seite die musst du zerstören und da eben auch einen punkt machen ach so und ich muss deine seite zerstören und du machst dann im dritten punkt jetzt macht es auch sinn warum du orange dinge machst so und du machst bei dir aber keinen schaden der ball ist jetzt orange das ist klar der ball ist jetzt orange also das ist dein ball nein 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 ja soll ich jetzt darüber fahr das ist repariert oder was ne ne das repariert es nicht ach so und was kann es dann dieses ding ich wüsste nicht warum das jetzt so durchsichtig ist ach der macht mehr schaden der macht flächenschaden dann ab mal auf deine seite ne nein so jetzt ist er wieder normal der macht keinen flachen schaden man flachen schaden flächen schaden flächen schaden ah jetzt macht er wieder keinen aber jetzt ist er normal ist genau nein 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 jetzt macht er jetzt genau jetzt macht er wieder flächen schaden ach so da muss ich ach so oh jetzt hab ich ihn oh nice nein 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 doch 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 nein jawoll ach so ach so ich mach ein eigentor ok das hab ich selber jetzt nie gewusst ob ich jetzt mir ein eigentor mache mir sagt das ist das loch dann komplett also ist es egal oh jetzt sind bei mir so dinger genau jetzt ist seine seite nicht repariert sondern meine weil weil du einen punkt gemacht hast weil sonst wäre es ja wieder einfach für dich einen punkt bei mir zu machen weißt du und ich soll ja nicht bestraft werden und ich soll ja nicht bestraft werden der macht ja echt flächenschaden oh fuck oh ach der entsteht scheinbar wenn man oh nein wenn man über sein eigenes feld fährt weißt du das ja das hab ich auch noch nicht gewusst wie gesagt ich spiele diesen modus erst seit nein drüber ich bin drunter geflogen echt ruhig drunter ich habe auch nicht aber wie entsteht er dann vielleicht beim zweiten mal berühren oder so keine ahnung wie der entsteht nein es geht zu ende bei dem schau jetzt passiert es wieder und bei deinem schlag irgendwie nicht bist du mich verarren liebes spiel nein 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 also du hast 100% nicht schon mal gewonnen ich mache jetzt nicht äh 3 punkte in einer runde wenn das richtig wird spiel verstanden hat man nein nein er kommt er geht rein nein 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 jaa wie ich erstmal hochgestellt werde in den letzten 8 sekunden hat er noch was geschafft was soll denn das bitteschön ah und hab das wird noch eins da ich dir fuck du nicht nein es wird keins mehr 1 4 zu 0 oh what the fuck nun sag ich mal Starry gewonnen und ich würde mal sagen das war's mit der Aufnahme oh ich hab' die Gründe aha und ich würde mal sagen das war's mit dem Part wenn ich der ganz brett gefallen hat gibt nochmal rum wenn nicht einen Downrunden Schöplingkantare wie euch das ganz gefallen hat wenn wenn auch gut dann Daumen rum abonnieren natürlich nicht vergessen so äh und nein ich höre die Runde jetzt nicht auf weil ich zweimal verloren hab das täuscht und dann müssen wir nächstes Mal tschau tschau also und auf Wiedersehen sagt natürlich auch tschau 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 panisch sch